Ja, vor seiner Gründung des Unternehmens hat er professionell 15 Jahre lang Basketball gespielt. Ich weiß gar nicht, ob er jetzt überhaupt noch die Möglichkeit dazu hat, aber ich kann mir gut vorstellen, dass diese deutlich reduziert ist. Seit der Gründung ist das Start-up zu Deutschlands Marktführer für Heizungswechsel mit über 300 Mitarbeitern gewachsen. 2017 wurde Termondo als eines der 100 einflussreichsten Cleantech-Unternehmen weltweit ausgezeichnet. Es geht aber auch noch weiter. Focus und Statista haben es als schnellst wachsendes Unternehmen der Jahre 2013 bis 2016 geehrt. Und in den kommenden 15 Minuten erzählt der von Ernst & Young, frisch gekürte Entrepreneur of the Year 2017, welche Höhen und Tiefen man eigentlich so erlebt als Start-up-Unternehmen und wie er diese Herausforderung sich dieser gestellt hat und wie er sie gemeistert hat. Die Erfolgsgeschichte von Termondo, Tipps eines erfolgreichen Gründers. Herzlich Willkommen, Philipp Hauster, meine Damen und Herren. Philipp. Ja, direkt vielleicht nochmal ganz schnell, auch wenn die Zeit ein bisschen knapp ist, beziehungsweise wir dir alle Zeit geben wollen. Und, hast du noch ein bisschen Zeit zu spielen? Nee, leider nicht. Gar nicht mehr? Meine Knie geben es auch nicht mehr her. Ach, guck. Ja, aber dafür geben deine Knie und auch das, was du geschaffen hast, noch viel mehr her. Über 300 Mitarbeiter und Daumen hoch und die Bühne gehört dir. Dankeschön. Ich freue mich, dass ich hier bin. Für mich ist ja ein halbes Heimspiel. Meine Frau ist ja Bielefelderin und mein Schwiegervater Rudolf sitzt auch da hinten. Deshalb bin ich recht regelmäßig in Bielefeld und habe dadurch, glaube ich, auch ein bisschen Verständnis, ein gutes Verständnis für die Kultur in OWL und eben auch die Stärken, die diese Region hat. Der Titel, wie es im Programm steht, ist völlig misleading. Die Selbstsicht eines Gründers ist, glaube ich, nie die, dass man erfolgreich ist. Und wir sind es ja faktisch auch nicht. Und das kann ich auch belegen. Kürzlich war ich mal im Urlaub und meine Frau guckt in ihren Instagram-Feed und sieht so eine Werbung. Philipp Hauster, die Erfolgsschrift von Termondo und der 10-jährige John, unser Sohn, sagt, Erfolg, Termondo, ihr macht doch Verluste. Und da hat er auch nicht Unrecht. Und da merkt man also, dass sozusagen der OWL-Großvater da durchkommt bei ihm. Und er hat ja recht, erfolgreich ist man es dann, wenn man nicht mehr verschwinden kann. Und dazu braucht man mindestens Gewinne. Deshalb hat man nämlich Making the Unscalable Scalable. Denn was uns tatsächlich gelungen ist in den letzten Jahren, ist, dass wir etwas, was es in dieser Form in Deutschland so nicht gab, nämlich skalierfähig gemacht haben, ein Handwerk, was zu Hause beim Kunden beim Ort stattfindet. In Deutschland gibt es keine großen Handwerksbetriebe, außer die, die Filialisten sind, wie zum Beispiel Vielmann. Und das haben wir ganz gut hinbekommen. Das werde ich ein bisschen erzählen und ich werde über ein paar Herausforderungen sprechen und ein paar Learnings. Das ist aber wahrscheinlich die wichtigste Folie der ganzen Präsentation. Denn auch weil es diese Folie gibt, deshalb gibt es uns. Und das haben wir in der Tat relativ früh verstanden. Denn die Veränderung der Energiemärkte ist sozusagen die Basis für das, was wir sind. Von wenigen großen Kraftwerken, früher Atomkraft und Kohle, hin zu ganz vielen kleinen Kraftwerken. Und die werden alle zu Hause sein bei den Hauseigentümern. Und da gibt es schon einen Markt, der sehr fragmentiert ist und das ist der Heizungsmarkt. Und der ist auch noch sehr groß und deshalb haben wir mit dem Markt begonnen. Das Entscheidende ist, dass der Anlagenbetreiber der Vergangenheit E.ON, Vattenfall, Stadtwerke, Bielefeld hieß und der Anlagenbetreiber der Zukunft heißt Hauseigentümer. Und davon gibt es 15 Millionen in Deutschland, die im Einfamilienhaus leben. Das Segment Heizungen ist da das Größte, das Existenteste. Das ist aber auch ein Markt, der gar nicht wächst. Das heißt, wir haben Energiewende, wir wollen CO2 reduzieren in unserer Gesellschaft und gleichzeitig schaffen wir es nicht, als Gesellschaft diesen Markt zum Wachsen zu bringen. Er ist sehr fragmentiert, das mag ein Grund dafür sein, dass er nicht wächst. Und die Durchschnittsmitarbeiteranzahl eines deutschen SAK-Betriebs, so heißt das Gewerk, ist 6 und man verbaut so 12 bis 19 Heizungen pro Jahr. Wenn man eine Sache nur 12 bis 19 Mal im Jahr macht, ist es relativ schwierig, exzellent da drin zu sein. Das heißt nicht, dass es nicht herausragend gute kleine Handwerksbetriebe gibt, aber um so wirklich mal Schwung in einen Markt zu bringen, ist es wahrscheinlich schwierig. Und es ist mikroökonomisch total wichtig, da besser zu sein oder da Schwung reinzubringen, denn 80 Prozent eines Hauses des Energieverbrauchs geht auf Wärme. Nur 20, 15 bis 20 Prozent geht auf den Strom. Das heißt, bis vor ein paar Jahren, wenn wir Energiewende gesagt haben, haben wir eigentlich immer Strom gemeint. Und erst ganz frisch reden wir auch wirklich über das, was eigentlich das größte Segment ist. Wir haben mal eine Markenumfrage gemacht, das ist schon ein paar Monate, 13, 14 Monate her und dafür, dass es ein unfassbar großer Markt ist, gibt es dann sozusagen unter Konsumenten gar keine Top-of-Mind-Brand für die Leistungserbringung und Heizungswechsel. Es gibt natürlich eine für Hersteller und man sieht auch ein paar Hersteller da oben stehen, aber es gibt gar nicht so einen Champion. Und es gibt nicht so unfassbar viele Märkte, die unfassbar groß sind und keinen Champion haben. Ich sage immer, wenn ich die Folie auflege, stellt euch vor, wir würden Möbel machen. Dann hätten wir da oben sicherlich Ikea stehen mit 95, 98 Prozent. Und was wir gemacht haben ist, wir haben sozusagen Lokalität kreiert, in dem wir fahrende Autos haben. Es sind immer zwei Männer, ein Mercedes Sprinter für unsere Installateure, überall in Deutschland und die haben wir vernetzt und haben damit ein gutes Stück Wertschöpfungskette übernommen, das größte Teil der Wertschöpfungskette und sind aber vor Ort. Und die sind auch alle bei uns angestellt. Ein paar Fakten. Die wichtigste Zahl ist wahrscheinlich die oben links. Unser NPS liegt je nach Messpunkt, wir messen den an vier Punkten, also NPS, Net Promoter Score. Die Zahl sagt aus, wie viele Netto-Befürworter es für das Unternehmen gibt. Man stellt nach der Leistungserbringung eine Frage, würden Sie uns weiterempfehlen? Und wenn man eine 10 von 10 oder eine 9 von 10 bekommt, ist man ein Promoter. Und die liegt bei 45 bis 85 Prozent. Jetzt weiß ich nicht, wie die sich vergleicht mit konventionellen Handwerksbetrieben, weil die das typischerweise nicht messen. Aber ein NPS von so 45 ist okay, 85 ist exzellent. Audi zum Vergleich hat so ein NPS von 40 bis 50, so eine große deutsche Marke. Wir haben tatsächlich in den letzten Jahren 9000 Heizungen installiert in diesem Land und sind damit der größte Player im Bereich dezentrale Energie. Und sind immer noch unfassbar klein, denn das ist ungefähr nur ein Marktanteil von so einem Prozent. Da werden wir so ungefähr liegen in 2017. Die Zahl unten in der Mitte ist ziemlich wichtig, denn 33 Prozent unserer Kunden kaufen die Heizung gar nicht mehr bei uns, sondern wir sind deren Anlagenbetreiber. Fachsprach nehmen wir das Service Contracting. Wir verließen also die Heizung. Und das bedeutet, dass wir zehn Jahresverträge mit unseren Kunden generieren und sind jetzt wirklich der Partner der Energiewende für unsere Kunden. Dafür haben wir halt auch Projekttransitionsgeld aufgenommen. Die E-Words haben wir schon genannt. Ich glaube, das ist ganz wichtig, auch zum Mindset eines Gründers. Das ist schön. Also auch Unternehmer des Jahres, tatsächlich freut mich das. Aber es ist völlig irrelevant. Es hat ja nichts mit meinem Alltag zu tun. Mein Alltag ist, jeden Tag ins Büro gehen, hart zu arbeiten. Und ich glaube, das ist sehr ähnlich zum Alltag eines Familienunternehmens und Mittelständlers. Jeden Tag hart am Kunden, jeden Tag hart an dem Problem abzuarbeiten. Und das habe ich mal so ein paar Fragen mitgebracht, die uns auf der Reise begleitet haben. Denn ich glaube, das dürfen wir sagen. Max Fissmann habe ich gestern Abend auch gesprochen. Fissmann ist ein großer Zulieferer von uns. Ich glaube, was wir schon wirklich geschafft haben, ist, dass es so ein bisschen so ein Vor- und Nachtermondo gibt, was das deutsche Handwerk betrifft. Und da gibt es auch genug Gegenwind, den wir bekommen haben. Und deshalb habe ich so ein paar Fragen mitgebracht, die sozusagen uns begleitet haben auf dem Weg. Also man kann keine Heizung planen und verkaufen, ohne das Haus zu besichtigen. Das war so eine der ersten Fragen. Und dann haben wir gefragt, warum. Und dann haben wir halt eine Softwarelandschaft gebaut. Das ist sozusagen die Wertschöpfungskette, die wir haben. Die Lead-Generierung fängt an. Dann kriegen wir die ersten Datenpunkte von unserem Kunden. Dann haben wir eine Webseite, die auch andere natürlich hätten. Und dann kommt man auf unseren Algorithmus, unseren Planer. Der heißt Manfred. Und Manfred ist in der Lage, sehr dezidiert eine Heizung zu planen. Und in der Tat müssen wir das Haus nicht sehen. Uns reicht es völlig, wenn uns ein paar Fotos geschickt werden. Wir sehen aber das Haus sehr oft, weil Kunden es möchten, dass wir sie besuchen und das eben mit ihnen physisch machen. Aber wir prozessual müssen das Haus nicht betreten. Und dann haben wir halt anschließend unser Fulfillment, unser Aftersales. Das ist alles Software, die wir selber geschrieben haben. Das heißt also, was Thermondo gemacht hat, was wir gemacht haben, ist, dass wir sozusagen ziemlich komplexe Prozesse in Software abgebildet haben und es eben schaffen, bundesweit damit eine ziemlich komplexe Dienstleistung zu erbringen. Also Heizungsinstallation in Deutschland ist ziemlich komplex. Ich treffe auf ein existentes System, auf einen Heizungskeller, auf ein hydraulisches System. Und das habe ich halt per Software vorher abgebildet und kann auch die Prozesse dahinter managen. Also ein Beispiel, wir müssen halt mit dem Gasnetzbetreiber sprechen, besonders wenn einer von Öl auf Gas wechselt, was ökologisch übrigens sehr gut ist für uns als Gesellschaft. Und in Deutschland gibt es 800 Gasnetzbetreiber, 800 Prozesse, 800 Lead Times für Permits und so weiter und so weiter. Das heißt, es ist eine Sache, die man einfach über Zeit erst lernt und dann eben spezifisch abbilden kann. Und ultimativ geht es darum, Kapazität zu matchen. Also unser CapEx, was wir nicht wirklich haben, weil wir fast lagerlos sind, aber sozusagen unser de facto CapEx sind ja unsere Mitarbeiter, das sind unsere Produktionsstätten. Und die muss ich natürlich auslasten, genauso wie jemand, der halt wirklich CapEx hat, auslasten kann. Und da steckt dann auch das Software dahinter und relativ viel Intelligenz. 2014, ihr werdet niemals genug Handwerker rekrutieren können. Deutschland, Fachkräftemangelland, in unserem Gewerk gibt es 350.000 gelernte Menschen. Das wird euch nicht gelingen. Und was haben wir getan? Wir haben sozusagen Mitarbeiterakquisitionen genauso betrachtet wie Kundenakquisitionen uns sozusagen hingesetzt, also sprichwörtlich für Wochen in einen Raum gesetzt und uns gefragt, wie kündigt eigentlich ein Handwerker? Wann ist ein Handwerker bereit, den Job zu wechseln? Das ist nämlich sehr anders im Vergleich zu einem Akademiker oder zu Menschen aus anderen Berufsbildern und haben eine Konvertierungsstrecke gebaut und wir sind ein Purpose-getriebenes Unternehmen. Wir haben wahrscheinlich die kürzeste Vision der Welt, die heißt Kleiner 2 Grad, weil wir tatsächlich sagen, dass wir als kleines Termondo aus Berlin uns dafür einsetzen, dass eben die Adewerbung nicht über 2 Grad von jetzt ansteigt. Und es gibt Menschen, die das einfach sehr wichtig finden, sehr relevant finden und das zelebrieren wir sehr. Was wir auch zelebrieren ist, dass wir Vielfalt zelebrieren. Ich sage immer, Termondo ist wahrscheinlich der einzige Ort, wo der Backend-Entwickler aus dem Libanon auf den schwäbischen SAK-Meister treffen kann und das machen wir ganz gezielt mehrfach im Jahr. Wir haben auch unsere Werte kollektiv gewählt und feiern immer wieder diese Heterogenität und diese Vielfalt, die wir haben, weil wir halt aus komplett unterschiedlichen Kulturkreisen kommen, nicht nur, weil wir aus unterschiedlichen Ländern kommen, sondern eben auch aus ganz unterschiedlichen Berufsbildern kommen. Und wir sehen das aber als Stärke an. 2014, du wirst niemals genug Geld aufnehmen können, ihr habt zu viel Touch. Also wir hatten ja vorhin schon ein VC-Panel, ein paar der VCs, die hier waren, die habe ich damals auch gepitcht. Und VCs, manche haben dann gesagt, oder viele haben gesagt, ehrlich gesagt, puh, das ist ja Handwerker, echte Menschen draußen, das ist nicht rein digital, das ist nicht wirklich skalierfähig. Ja, also ich könnte sagen, wir sind ja recht schnell gewachsen, aber es ist anspruchsvoll, ohne Frage. Fakt ist, dass wir 52 Millionen Euro Venture Capital bisher aufgenommen haben. Das ist viel Geld. Fakt ist auch, es war nie einfach. Eine Runde war extrem einfach. Da hatten wir irgendwie so einen Sog, aber ansonsten war es immer harte Arbeit. Aber wir haben ziemlich prominente Investoren, die alle sehr heterogen sind, also bei uns in Boardmeetings spannend. Und wir haben da ein deutsches Familienunternehmen mit Vorwerk, wir haben einen Weltkonzern oder einen ehemaligen Weltkonzern mit E.ON, der auch sich neu erfinden musste. Wir haben Rocket drin, wir haben Deutschlands größten DC, Holzbrink, wir haben Eneco, wahrscheinlich der innovativste Energieversorger Europas aus Holland. Also das ist schon ein bunter Haufen, aber wir kommen da alle mal sehr gut zusammen und treiben die Kampagnen zusammen nach vorne. 2014, die Deutschen werden nie eine Heizung mieten. Das habe ich ja eben schon erzählt. 33 Prozent unserer Kunden tun das in der Tat. Wir glauben, dass wir das so auf 40, 45 Prozent noch hochbringen können. Und sie tun es ja übrigens nicht, weil sie kein Geld haben. Die gibt es auch. Also die Heizung geht kaputt. Oh Gott, ich habe es nicht geplant, mir fehlt jetzt das Geld. Dann gibt es den Kunden, den Kundentypen. Die meisten Kunden wählen es aber, weil es einfach total praktisch ist, weil das komplette Risiko ja auf uns übergeht und es ja so ein Voll-Service-Vertrag ist und es einfach wirklich convenience-getriebene Kunden sind. Und das höre ich wirklich seit jedem, seitdem es uns gibt, 14, 15, 16, 17, 18 und ich werde es nächste Woche wieder hören. Ich war jetzt gerade auf der E-World in Essen. Die Großen werden euch sofort nachmachen und dann werdet ihr keine Chance haben. Und das passt ja auch so ein bisschen zu der Konferenz hier. Wenn die Großen mal so richtig Geld auf den Tisch legen und die Muskeln anspannen, hat dann noch so ein Start-up noch eine Chance. Ich weiß es nicht. Was ich weiß ist, dass man als Berater sehr viel Geld mit Angst verdienen kann. Das sind immer so Folien, die mir von Freunden zugeschickt werden, die die Handyfotos machen. Also so nach dem Motto, FIS-Mann, wenn ihr jetzt nichts macht, Termondo ist so agil, dann seid ihr bald tot. Damit kann man natürlich hervorragend Beratungsprojekte verkaufen. Das hier ist eine Folie von McKinsey, also die Disintermediation im Heizungsmarkt wird von uns betrieben und bald seid ihr alle tot. Und damit kann man wirklich auch als McKinsey viel Geld verdienen. So einfach ist es nicht. Dazu hat dann so ein FIS-Mann oder Bosch oder Weiland dann doch zu viele Muskeln. Und was wir aber uns, glaube ich, kollektiv fragen sollten, auch hier in diesem Forum ist, ist das noch die zeitgemäße Frage? Denn im Moment denken wir alle noch in Kuchenstückgröße. Also die Alten, die Neuen, die Agilen, wie wir uns alle bezeichnen. Und wir sind noch nicht so weit, dass wir sozusagen in Kuchenvergrößerungen denken. Und in unserem Markt ist es total einfach. 800.000 Heizungen werden im Jahr gebaut in Deutschland. Ökologisch, damit wir nur annähernd unsere CO2-Reduktionsziele erreichen müssten, müssten es so ungefähr 1,2 Millionen sein. Und da gibt es jetzt sozusagen die gelernten Mechanismen, ein bisschen Lobbyismus in Berlin, mal so ein bisschen steuerliche Abschreibung und so. Ich glaube nicht, dass es wirklich den Unterschied machen wird. Und was den Unterschied macht, ist wirklich die besten Kundenreisen anzubieten. Das beste, am härtesten am Kunden ausgerichtete Produkt anzubieten. Und ich glaube, wenn man da sozusagen zusammenarbeitet, Industrieplayer, Startups und so weiter, dann hat man wahrscheinlich am ehesten eine Chance, dass das passiert. Und dazu gehören dann vielleicht auch offene Plattformen, die sehr anspruchsvoll sind für Markenplayern, also Marktplätze, die dann auf einmal für alle offen sind. Und ich glaube, das wäre die richtige Frage. Ganz kurz noch, wo geht es bei uns noch hin? Wir haben mit dem aus unserer Sicht attraktivsten Segment angefangen. Es ist sehr groß, es ist sehr margenträchtig, es ist sehr fragmentiert, aber natürlich kommen ganz viele andere Segmente bei uns dazu. Unser Anspruch ist, der Kümmerer der Energiewende für den Hauseigentümer zu sein, also B2C, über die nächsten Jahre unsere Kunden zu betreuen. Es werden neue Märkte entstehen, Homecharging wird ein riesengroßer Markt werden, wenn die Deutschen anfangen, richtig E-Wehcles zu kaufen. Und dann müssen all diese Homecharging-Boxen, die man sich beim BMW-Händler und beim Mercedes-Händler bestellt, installiert werden. Und das ist nochmal so ein Einblick, wie man so eine Company baut oder wie wir es machen. Wir gucken so in unsere Phasen und auch, weil wir ja vom Kapitalmarkt auch immer noch abhängig sind, was muss ich in welcher Phase liefern? Und das ist auch eines der Learnings und auch, wie man so Value Creation betreibt, Internationalisierung ist ein Werthebel, Cross-Selling ist ein Werthebel. Und ich glaube, das ist immer ganz wichtig, wenn man eine Venture-Capital-finanzierte Firma aufbaut, zu wissen, was muss ich in welcher Phase abgeliefert haben. Und wir sind jetzt ziemlich genau da, wo der Pfeil ist. Wir sind immer nur noch in Deutschland, im Gegensatz zu Sonnen, wir sind schon in vielen, vielen Ländern, weil wir noch sehr viel Wert sehen, einfach noch mehr an unsere Kundenbasis zu verkaufen, als das wir heute schon tun. Und ein paar Sachen haben wir schon ganz gut hinbekommen. So, also ganz schnell noch vier Learnings, von ganz vielen Learnings, die man macht, weil man unfassbar viele Fehler macht und auch viel Geld dadurch verbrennt übrigens. Jedes Unternehmen geht durch drei Phasen, frühe Phase, Wachstum und Reife. Im Raum sitzen ganz viele frühphasige Unternehmen, ganz viele reife Unternehmen. Sonnen und wir sind, glaube ich, so ein Beispiel für ein Wachstumsunternehmen. Das Entscheidende ist, man muss genau verstehen, wann ich an so einer Intersection bin zwischen diesen Phasen, weil sich auf einmal alles radikal ändert, Kultur ändert sich, auf einmal wir brauchen jetzt auch Management-Systeme, wir sitzen auf verschiedenen Etagen, all das passiert, wenn man von einer zur nächsten Phase kommt. Verstehe den Unterschied zwischen Level 1 und Level 2-Entscheidungen. Jeff Bezos hat das geprägt. Level 1-Entscheidungen sind unfassbar groß, wichtig, teuer, wenn man falsch liegt. Level 2-Entscheidungen sind Sachen, die man einfach machen muss. Große Unternehmen haben das Problem, dass sie alles wie Level 1-Entscheidungen betrachten. Also alles geht durch Gremien durch, alles ist aufwendig, es werden Testate geschrieben. Kleine Unternehmen wie wir haben das Problem, dass man lernen muss, dass nicht alles Level 2-Entscheidungen sind. Wir haben Geld verloren, weil wir Level 2 alles machen und es war aber dann faktisch eine Level 1-Entscheidung. Culture beats Strategy. Ich glaube, da sind wir uns wahrscheinlich alle einig. Kultur ist das Allerwichtigste, das eint uns auch alle, egal wie alt wir sind. Wir müssen uns also in der leadership-Position, geht es sehr darum, Kultur zu prägen. Und das, was ich gelernt habe, ist immer wieder anspruchsvoll, weil man als Wachstumsunternehmen vor diesen ganzen Chancen steht. Und man wird dauernd angesprochen, Fokus, Fokus, Fokus. Und auch wenn man denkt, dass man fokussiert ist, man ist es noch nicht wirklich. Also jeden Tag muss ich mich sozusagen zwicken und sagen, fokussiere dich noch mehr, höre nicht zu, beantworte diese E-Mail nicht, gebe sie jemandem anders. Und das sind vielleicht so vier der wichtigsten Learnings, die ich weitergeben kann. Dankeschön. Vielen, vielen lieben Dank, Philipp Pausler. Dankeschön.